Ja, schönen guten Zeiten. Ich wünsche uns noch mal, die Verena heute, obwohl die Studios oder unser Studio schon wieder geöffnet hat, dürfen wir natürlich nur unsere Tagliste anbieten und auch nicht die ganzen Prätenziden. Damit ich jetzt trotzdem super, super ausbauen bin zu Hause, habe ich ein kurzes, knackiges 12 Minuten Hit-Video für euch heute. Das ist hauptsächlich auf jeden Fall auch Ausdauer. Probier es einfach mal aus. Werde ich jetzt vielleicht mal 12 Minuten, komm ich da noch auf die Treppe auf, dann kann ich da noch was abnehmen oder kann ich mich steigern. Auf jeden Fall, durch diese hochintensiven Phasen und diese ganz kurzen Pausen springt das kurz hoch und runter und genau davon gehen. Geht auf jeden Fall an eure Grenzen 12 Minuten, wir sind nicht lang, dafür sehr intensiv. Ja, das zieht das durch, so gut ihr könnt. Wir sind schnell durch. Von der Gitterweite, ja, mit 50 Sekunden Folge, 10 Sekunden Pause. In den 10 Sekunden versuche ich Luft zu holen, du auch, und euch die neuen Übungen zu präsentieren. Von daher würde ich sagen, genau, es gibt kein richtiges Warm-up. Wir starten mit der ersten Übung, das sind die Jumping Jacks, die Humpelmänner. Die machen wir schön schnell, das ist unser Warm-up, okay. Das heißt, da schön warm werden und dann geht es richtig los. Wunderbar, du brauchst wieder eine Masse, was zu trinken und dann würde ich sagen, let's go. Viel Spaß. Okay, starten mit dem Jumping Jacks, du darfst langsam starten oder etwas schneller. Das ist ein wenig gesetzt. Das ist ein wenig gesetzt. Das ist ein wenig gesetzt. Wir brauchen nur nicht viel Zeit, dafür intensiv. Jetzt haben wir die Rats, die Jumping Jacks, go. Der Bauch ist schön fest bei der Übung. Auch klar, wenn du dir sagst. Wir haben hier noch 15 Sekunden. Stopp. Die mit. Die mit. Die, zwei, eins. Wurde Pause, einfach nicht locker noch zu holen. 10 Sekunden. Weiter geht's mit den Jumps vor. Wir kommen tief, springen hoch und auch wieder tief. Versuch hierbei zu schnieren. Relativ zusammen aufzukommen. Rücken mit Schildkabel. Auf geht's. Komm mal auf. Setz dich auf deinem Ferse ab. Und wir beziehen viele Kopf. Schnie und außen drücken. Komm mal auf. Und tief. Wir brauchen die letzten 10 Sekunden. Warte durch. Und kurze Pause. Tieflucht durch. Nächste Runde. Sam Mountain Climber. Du gehst in den Highplay. Die nächste ist tief. Zieh die Knie bis zur Brust. Schön rein. Verankworte deine Handflächen in den Boden. Zieh. Zieh. Bauch ist fest. Go. Höpfung. Und atme nach unten. Schönen guten Tag. Zieh. Doch, doch, doch. 10 Sekunden. Gleich geschafft. Und mach weiter mit den Murfys. Du legst dich auf den Boden. Kommst dir wieder auf den Kopf. Und in den Steckstropfen. Das kannst du. So schnell du kannst. So schnell du Kraft hast. Wenn du das nicht so gut sagst, dann bleibst du hier. Und hier spazierst. Okay? Alles drückend. Hau besser. Komm. Komm. Und hier wieder. Maul ganz spannend. Let's take a good luck. Komm. Komm. Und das. Wir gehen in den Ausflugsschnitt. Hier im Wechsel. Hier kommen wir im Wechsel zu. Großer Schritt zurück. Zieh. Die Luft. Komm. Oh Gott, das ist der Grund. Wir gehen in den Ausflugsschnitt. Bauch ist fest. Und atmen. Wir gehen. Wer super fit ist, braucht ihr den nächsten Tag gerne Strom machen? Mir reicht es. Hier schön, mein Jan. Letzte Sekunde noch. Und atmen. Schön, mein Jan. Okay, dann begegst du dich auf deiner Masse. Wenn du auch weitergehst, dann gehst du für die nächste. Entweder auf den Füßen oder auf den Füßen. Und wenn du ganz auf den Füßen gehst, ständig hier mein Bein vom Oberkörper. Letzte auf. Man muss die Luft raus, wenn es nach oben geht. Ein und aushalten. Stopp. Bauch einspannen. Die letzte 10 Sekunde. Nein, ich bin geschafft. Und grünen. Und der Heizteil jetzt schon. Deshalb in die nächste Nimmung, bitte entspannend, Sabine, auf der Stelle zur Hüfte, wenn die Füße fortziehen müssen. Ganz so. Atmen. Blech dran. Wir sind bei der Hüfte. Einerseits. So, ich zieh die Kondition. Der Kondition. Wenn es geht, ist es die schnellste Kondition. Füße, beide Schwoz, lange Kondition. Blech und Beine, Auten, zurück. Mach die Schwoch mit Schnelligkeit. Auf die Kondition! Wenn wir das zu viel hier, und noch die Zwei klappt, ist es sehr gut. Dann geht es nicht in Kondition. Okay? Okay? Andernst du. Terrible. Job. Sieg. Einmal. Geht das. Letztendlich kommen. Einer noch. 4 Sekunden. Es geht gut jetzt. Stehen dann drauf. Jetzt sind wir dann. Der Back Squat. Böse schließen. Öffnen. Und den Kopf berühren. Dabei ist dein Rücken. Super, super schade. Ganz richtig. Komm. Bauch fest. Das ist nur in der Variante. Komm. Bisschen lassen. Wie ein bisschen Schenken. Nicht aufgeben. Wir haben es falsch geschafft. 10 Sekunden. Komm jetzt. Nicht aufgeben jetzt. Einmal noch. Und dann warten. Busschen los. Raus. Okay. Wir gehen in die Heimis. Wehen die Tür. Immer weiter nach oben. Bis auf 19. Komm. 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 Bauch fest. Arm anspannen. Um. Wien. Komm. In der Hand. Die Hände, ihr seid. Und jetzt atmen. Nächste Lippe, Mountain Climber, schlägt und checkt hoch. Halbblendposition, bringen die Knie zu meinem gegengesetzten Ellenbogen. Bauch fest, wir trimmeln die Spree, gesorglos gehen. Wenn ihr die Anstoßt, klopfen. Halbzeit. Halbzeit. Letzten, drehen in den Kopf füllen. Sie rechts. Werden schafft, werden schafft, schafft. So. Okay. Tut mir die Lippen. Okay, sind drin. Bei der letzten Lippen vorwärts. Was ist die Masse? Wir kommen von hier in den Gelenk. Zurück und wieder hoch. Seid und ein bisschen, ja. Wechseln deine Arten zwischendurch. Wenn das noch fehlen, bleiben wir unten. Oder wird sich früher. 30 Sekunden, ihr Lieben. Letzte Übung. Von kurzen, aber hartem Workout. Setz und lauf und wieder hoch. 24 Sekunden noch. Viere Southerns. Wir haben es geschafft. Zieh dich in die Länge. Und los. Die Atmung einfach fließen. Einfach raus. Und ich länge so auf. Ich hoffe, ihr seid auch so außeratmähig. Ich fand es sehr anstrengend. Wenn es dir noch nicht gereicht hat, dann schau dir nochmal die Übung an, wo du noch ein bisschen mehr Gas geben kannst. Ansonsten darfst du diesen Kurs gerne dreimal die Woche machen. Übertreib es auch bitte nicht mit deiner Herzfrequenz. Maximal 50% für diese kurzen Sekunden. Bevor ich jetzt gleich aufhebe, zu reden, wünsche ich euch schöne Tage, schönes Wochenende. Hier ist es gerade Samstag. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank.